Ich habe es eigentlich, glaube ich, schon immer gewusst, dass ich Astronauten werden wollte, schon von Kindheit her. Natürlich könnte ich mich vorstellen, als Pilot, als Ingenieur und zu Spanien fliegen. Wenn es die Gelegenheit gibt, darauf zu fliegen, dann können Sie aber, glaube ich, jeden hier im Gebäude fragen, da gibt es sehr wenige, die Nein sagen würden. Ich denke, es ist sehr inspirierend, alle Pläne für future Missions zu Mars zu hören. Ich bin gerne bereit, da Risiken einzuplanen.